Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Surge. Und wie ihr bereits sehen könnt, keine Sorge, ich tue jetzt nicht lange herum. Ich würde nur gern dieses eine Ausdauerimplantat, weil wir haben schon sehr viel Ausdauer, finde ich. Das braucht man glaube ich nicht. Oder wir gehen auf den Stab, ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, statt einem Ausdauerimplantat vielleicht das mechanische Gegengewicht oder die energetische Batterie zu nehmen. Nur weiß ich jetzt nicht, was ist besser. Da halten wir natürlich plus 20 Prozent Schnitt, Stich und Schmetterschaden. Andererseits wiederum, bei einer energetischen Batterie haben wir Elementarschaden. Und ich glaube Elementarschaden ist meistens wichtiger, weil viele Gegner zwar gepanzert sind, aber verbundbar gegen Elementarschaden sind. Schätze ich einmal. Aber andererseits wiederum, wenn wir auf dem Stab wechseln. So. Was ist in unser Stab? Das? Ist aber nicht unser Stab, oder? Das ist MK2, MK2. Da ist unser Stab. 56, MK2. Echt? Du? Das ist unser Stab? Haben wir keine besseren? 55, 65, 65, 69, 49, 49, 49, 40, 70. Das ist unser Stab? Echt? Das ist unser Stab? Es kommt mir so wenig vor. Hitzkopf, aber oh ja, ja, kann sein. Es gibt sonst irgendwie. Der hat zwar mehr Energie zu gewinnen, aber dafür Waffenscalierung sehr niedrig. Der hat Waffenscalierung sehr hoch. Ähm. Ich meine, ja klar, da ist natürlich ein Unterschied zwischen 96 Schaden und 98. Aber sonst von den Stäben her, so können wir eh so filtern. Oder? Energiegewinn, Schaden. Ach, Favorit. Schaden. Naja, vom Schaden ist, ist der natürlich besser. Äh. Neuester? Energiegewinn, Schaden. Favorit. Okay. Naja, sonst haben wir da glaube ich keinen. Wir probieren es einmal mit dem Stab. Weil, Stab braucht natürlich sehr viel Ausdauer. Sein vorsichtig da draußen. Hallo. Puh. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Ah, ne. Ich nehm' mal den. Auah. Auah. Da ist natürlich kein Problem, wenn ich da... Achso, ich hab' keine Beleuchtung an. Ich frag' mich grad. Auah. Na komm. Zeit, dass du stirbst. So. Ich hab' ja nicht ewig Zeit. Ah ja, übrigens, dieses Modul, was wir... Also, Modul. Dieses Set, was wir haben wollen, dieses... Falsche Taste. So. Dieses da. Gorgon. Wo uns... Glaube ich noch was fehlt. Die... Schuhe haben wir. Die... Ärmchen haben wir so ziemlich. Der Kopf fehlt uns noch, oder? Ja, der Kopf... Der Kopf fehlt uns. Und... Und der Kopf und Brust. Aber da haben wir ja das Schema, da fehlen uns nur Teile. Ähm, dieses Set-Boni erhöht die Ausdauer-Generation. Zumindest nach dem Stand von... Von dieser Internet-Seite, von der ich's hab. Weil da steht auch noch, von dem Set, was wir haben, Stand noch wird nachgetragen. Also, das ist, glaube ich, nicht mehr so aktuell. Kann natürlich sein, dass es... Umgepatcht worden ist. Also, geändert worden ist. Kann sein. Muss nicht sein. Also, so 100%ig vertraue ich dem nicht. Weil auch von dem Set, was wir gerade haben, standen widersprüchliche Informationen. Diese Kombo. Wombo-Kombo. Perfekt. Gut. Dann probieren wir noch einmal den Boss. Wir werden's schon schaffen. Ich habe ja gesagt, in der Folge schaffen wir's. Hab dazwischen zu einer Aufnahme-Pause gemacht, aber... Ist auch nicht so lang, die Aufnahme-Pause. Sollten wir das Ding nehmen? Äh, ich wurde getroffen. Aua. Na gut. Jetzt sind wir wieder da und... Jetzt haben wir wieder den Typen. Geht's schon? Ja. Ok, nice Das liegt besser als erwartet Ah, das wurde das jetzt rausgepatcht Weil gerade das Orangen heruntergegangen ist jetzt aber nicht mehr Aua Mist Jetzt aber Wiedersehen Ich will hier hoch Ich will nicht gegen den kämpfen Oh, jetzt redet er sich ja wieder, oder? Oder nicht? Sooo Oh Shit, ach du Scheiße, ist ja Schaden von ihm Ok Er holt wieder seinen Freund Da oben So Nein Oh Gott Das ist der Nachteil natürlich, weil ich ja ziemlich lange brauche Zerstörte Teile, Montage, Einheit, Zerstörte Teile, bla 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 Sei aufmerksam, sei wachsam, sei sicher Wie schnell sind wir denn mit dem Stab? Komm her Wie schnell sind wir mit dem Stab? Ok Dankeschön 1305 Altmetall, das ist auch nicht so schlecht eigentlich Ah Haha, voll daneben Na komm Vielleicht ist er wirklich ein Stab manchmal besser Äh Es kommt immer natürlich auf den Waffentyp an und auf das Waffenverhalten und so Äh Hoppa Ups Aber ich kriege nicht so viel Energie mit dem Stab Ich kriege nicht so viel Energie zusammen mit dem Stab Das ist der Nachteil und das will ich ehrlich gesagt nicht Ich will die Energie behalten Jetzt müssten wir mal schauen Bezüglich der Ausdauer, wie viel wir wirklich immer übrig haben nach jedem Boah, Gott sei Dank ist er hergekommen Sonst wäre das jetzt voll in die Hose gegangen So, der hat nichts Ja, ok Ich glaube wir haben einfach Das klingt zwar blöd, aber wir haben glaube ich zu viel Ausdauer Die verbrauchen wir nicht wirklich und das wäre schade um den Implantatplatz Was? So Ups Tschüss Nein Awww Ok Das erlieben wir nur damit man ihn nicht angreift während der zurückgeht und schämen So, das ist ja mittlerweile alles kein Problem mehr Ich sollte keine Doppelangriffe machen, das ist zu gefährlich Aua Ich sollte keine Doppelangriffe machen So, bisschen langsamer Ok, das geht sich alles nicht in einem aus Aber, äh Oh, ich hätte noch schlagen können Tschüss Aua Andererseits Andererseits Die gute Ausdauer Die Die Ausdauer ist natürlich auch sehr hilfreich wenn man hinspringen sollte So wie So wie gerade eben Und sie ist gut fürs Flüchten So Komm her du Saft Hey Mann Komm her du Saft Sag du Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her Komm her Ja 21 64 Der Arm Kein Problem Ok, also das macht irgendwie am meisten Schaden glaube ich Aua Oh Shit Mann, wo springt der hin? Ah Ok, gut, gut dass der jetzt da kommt Hä? Ok Ah ja, man kann den noch beobachten, cool So, gut dass der kommt, weil damit können wir uns ein bisschen hochheilen So Tschüss So Hinsprinten Und zack Aua Kriegst mich nicht, ich bin wie eine Maus Die unter einen Elefanten durchrennt Gefährlich Aber machbar Äh Nein Was mach ich denn? Ich, ich hau mich selber, weißt Nein Ei 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 Ich mein, äh Dings hat Au Es war blöd, aber Ja gut, war selber schuld Nein Ei 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 Ich mag hier nicht beim Abgrund kämpfen Zack, zack, zack So, die Drohne haben wir aufgeladen Perfekt Komm her So, Drohne, tu deinen Job Aua Ah, was? Äh Jetzt schießt er auch noch Raketen Aber er brennt Er ist burning Burn, burn, burn Wir machen jetzt den Plus Elementar Achso, haha Ich mag das ja nicht, weil wegen Dingsbums Weil ich mich ja dann Ich tu mir ja dann schwer mit dem Wechseln Ja Andererseits den Elementar schauen wir halt schon ziemlich cool Statt dem Slow Obwohl der Slow Kann uns schon sehr helfen Wir probieren es einmal Aber statt was? Haha Ähm Energie, oder? Elementare Schaden Probieren wir es Warnung! Aktiver Sicherheitsalarm in diesem Sektor Oh nein! Hohohohoho Okay Kein Problem mittlerweile Bei zwei Leuten Da die ja alle ziemlich offensichtlich kämpfen Und berechenbar sind Offensichtlich kämpfen Äh Ich mach mein Deutsch Hallo! Der ist hinüber Einmal heilen wir uns So Toll! 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 Boom! Schakalaka! Hallo! Lass mich hier durch! Hallo! 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 So! Blöd ist jetzt, da wir jetzt nicht so viel Energie haben Ist natürlich das Energieverlust unter 30% grad mal so, dass wir anscheinend die Energie auch verlieren wenn wir Also ihr wisst Also ihr wisst, ähm, äh, ja Das Minout mit dem heilen, was wir grad können Das können wir dann nicht mehr, weil wir halt nicht so viel Energie haben und das nicht nur dann in 30% fällt Huäh! Huäh! Uh, 76! Was?! Alter Schwede, der Schaden jetzt! Oh, wie geil! Okay, gut, das ist vielleicht Vielleicht doch gar nicht so schlecht Fünfundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund hallo aber ich habe keine ausdauer mehr das war so knapp ich renne direkt rein wieder okay wie hätte ich nicht das mit der ausdauer gehabt hätten wir den gleich im ersten mal besiegen können so das war's mit ihm aua ich sollte das machen na toll macht das schaden nein oder was ist jetzt ok ok damit können wir uns wieder hochheilen das ist super gut bleib stehen ich will nur spielen ok ok komm her was macht er denn ok das hat man davon wenn man zu weh schaut komm das macht kein schaden hallo wie unfair ich habe jetzt verstummt praktische analyse folgen hier vollstrecke maximale fliege hohohoho sohle Stab er. So, da leh. Das Hammer. Huh. Mhm. Shit. Alter. Wie sagt der? Alter. Wie oft denn noch? Nein. Ich habe es übertrieben wieder mal. Ja gut, das Elementarschaden ist ganz nice. Aber ganz ehrlich, ich bin da ein bisschen. Ein bisschen, ja. Aber ich frage mich, ob wir das rausgeben könnten. Und dafür den Elementarschaden. Der ist ja ganz nice und das mit dem langsamer werden. Ja, ich, ja. Ich könnte es hier mal weggeben. Mal schauen, wie wir weiterkommen. Wie es ausschaut. Da könnten wir das hier reingeben, oder? So. Schaden 98, 106. Ja. Sonst bräuchte man eigentlich eh nichts. Achso, da hatten wir ja den Energiezufuhr, oder? Also mehr Energie. Mehr Energy. Soll passen. Oder halt unter 50%. Das wäre auch geil. Andererseits. Ja. Okay. Ja, so farmen wir uns auf das. So können wir auch Halbmetall farmen. Jetzt kommt der doch. Was machen wir denn? Aua. Dankeschön. Und wieder Körper. Juhu. Ich habe übrigens heute vorgenommen, das Surge durchzuspielen. Heute ist übrigens eine zweite Elfte, für die Leute, die es interessieren. Anfänger. Die Anfänger ohne gescheite Rüstung. Ei, 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 ei. Nein. Boah. Schon fast wieder runtergeflogen. Huh. Das wird mir da schauen. Braucht ja urwenig. Danke vielmals. Für die Energie meine ich natürlich. Soda Lab. Probieren wir es noch einmal. Jetzt müssen wir es aber schaffen. Komm. Konzentration. Grafikero. Konzentration. Konzentration in Vibration. Was? Alka Nein, Mist Okay, da geht es schon mal schnell down Und es geht down, down, down 94 Schaden Haben wir, Entschuldigung, ich nehme mir gerade das raus, aber ich weiß Also, okay, wir haben also nicht das mit den Mehrwaffenschaden Also, mehr Waffenfähigkeit Warum auch immer, ich glaube wegen der Energie, ja, habe ich gesagt Toll Au Ist immer so diese, wenn er das Bein hebt und man weiß schon, jetzt wird man getroffen, denkt man sich nur noch Oh, shit Drohne Mach dein Aua Okay, die Drohne ist natürlich wirkungslos, wenn der Gegner sich bewegt Alter Uu Was wieso ist er eigentlich nicht da umgegangen was mache ich ihn da falsch also der ist ja stopp das war falsch da wollte ich so 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 und hat sechs schaden ja bringt sie vielleicht sei vorsichtig da draußen natürlich mama topf modul brauchen wir geld hat er nicht schön geblockt ok ich schließe die entfernt gegen elementar schauen ein bisschen gerüstet geld so schön hoch ein alles kein problem komm her noch einmal umgeflogen na kommt rat ich halt den kopf soweit das brauchen wir ja auch noch geben kopf her nein ok hatten wir zu wenig energie anscheinend das lief perfekt so runter sollte man da mal das licht einschalten so da werden wir ja immer getroffen aber das ist ja kein problem bei dem und wir sind wieder hochgeheilt so ich wusste also ich hätte nicht erwartet dass er doch so schwierig ist also man muss hier echt aufpassen aber ich glaube wir haben schon das meiste gesehen wo ist mein altmetall tschüss äh 82 schaden mann der mit seinem bescheuert echt ich bin schon wieder tot der mit seinem bescheuerten drehen boah geht mir das auf die nerven der und sein bescheuertes drehen pass auf dich auf pass auf dich auf ja wir nähern uns den 50.000 wieder beide nein äh was war denn das ja du blockst ich weiß ich kann das auch droppst du was nein das lief gar nicht so schlecht ja gut das war okay zack ich vergesse das jedes mal wir schaffen das jetzt das schaff mal wir schaffen das wir schaffen wir schaffen das wir schaffen das wir schaffen das bitter wäre es halt hier auf dem weg zu sterben hierher ciao ciao oh der drecksack er ist halt sehr langsam dafür ich sollte nicht reingehen wenn er sich bewegt ach da wollte er ausweichen dreht er sich hat trifft mich nicht okay das geht gar nicht ich sehe eigentlich was drin nein ist es ist nichts ich habe Angst da runter zu fliegen deswegen kämpfe ich ihn nicht so gerne ich bin noch reingesprungen ich bin noch reingesprungen im Das war's. 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 Shit, okay, kriege ich nicht mehr. Mom! Ja, ja, eliminieren wie den anderen. Boah! Huiiii! Jupp! Oha! Nicht, dass er mich da weckt? Was? Boah! Es kann doch nicht sein, dass ich da unfähig bin. Ja, es hat mich aber auch wieder... Gut, okay, das klingt wieder nach einer Ausrede, wenn ich sage, ich schaue ja fast die ganze Zeit aufs OBS wegen dem Mikrofon, dass es nicht wieder ausfällt. Oh Gott, das ärgert mich gerade ein bisschen wieder mal. Ich überlege mir, ob ich die Folge nicht ganz auslassen werde. Einfach so, um... Nein, die lasse ich trennen, die lasse ich trennen, die Folge, was solls. Okay, dennoch, Dankeschön, wir werden es in der nächsten Folge schaffen. Das verspreche ich euch, in der nächsten Folge geht es endlich weiter. Ich entschuldige mich, aber... Ich entschuldige mich für das Mikrofon, für den Ausfall und ich entschuldige mich, dass es hier ein bisschen länger dauert, aber... Tja... Das Spiel macht mich halt fertig. Wir werden das schon schaffen. Wir sind zumindest in den letzten Folgen weitergekommen als in den 35 Folgen davor. Also somit... Sehen wir es so, sehen wir es positiv. Ich sehe es zumindest so und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei The Search. Dankeschön, euer Graphic Error. Tschüss!